Die Schachwelt brennt. Und zwar so richtig. Vor kurzem habe ich ein Video für euch hochgeladen, in dem ich euch das Hikaru-gegen-Kramnik-Drama ein bisschen dargelegt habe, was bisher passiert ist. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass das alles von diesem Thema gewesen ist und dass ich ein Video dazu machen werde und das war's. Falsch gedacht. Denn wir haben neue Entwicklungen und zwar, es wird immer verrückter. In dem Video hier zeige ich euch erstens die Updates von Kramnik, was er Neues gepostet hat. Dann die Petition, die gegen Hikaru gestartet wurde von Kramnik. Und dann schauen wir uns noch vieles weitere an, wie zum Beispiel einen wirklichen Datenwissenschaftler, der sich eingeschaltet hat und seine Meinung dazu gibt. Und vieles mehr. Also viel Spaß damit. Abfahrt. Ja, fangen wir also chronologisch da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wenn ihr mein erstes Video zu dem Thema noch nicht gesehen habt, ist das Erste, was ihr in der Videobeschreibung seht. Schaut euch das auf jeden Fall zuerst an, damit ihr wisst, worum es hier geht. Denn das Ganze baut hier aufeinander auf. Es ist wirklich wie eine gute Netflix-Serie fast schon. Ja, also viel verrücktes Zeug. Und wir fangen an mit dem ersten Blogartikel von Kramnik, der jetzt eben seit Neuem passiert ist. Und hier schreibt er eben wieder über Nakamura. Und dieses Mal nennt er auch zum ersten Mal wirklich seinen Namen. Er bezeichnet ihn hier als Goat of Online Chess, also der beste Online-Shachspieler. Und das Ganze ist wieder auf Englisch. Ich übersetze euch das Ganze hier ein bisschen. Und zwar vergleicht er ihn hier mit Alireza Firuja und mit Magnus. Das macht er hier, das schreibt er mit diesen beiden, weil die einfach online und offline wahrscheinlich die einzigen sind, die ähnlich stark sind wie er. Und deswegen die einzigen, mit denen man hier ihn vergleichen kann, seiner Meinung nach. Er gibt ja auch zu, dass Nakamura vermutlich es sehr gerne mag, einfach schlechtere Spieler 20 zu 0 zu zerstören, was Alireza und Magnus nicht so oft machen. Aber trotzdem ist er der Meinung, dass das der beste Vergleich ist, den wir haben. So, also hier fängt er an mit Alireza. Der hat über 900 Blitzpartien gespielt dieses Jahr. Und die längste Serie, die er nicht verloren hat, war 17 und keine einzige über 20. Magnus hat 1.400 Spiele gespielt und die längste Streak, die er nicht verloren hat, war 32 und 10 Streaks über 20. Die Karu hat hier 3.800 Partien und die längste Streak ist, ihr schreibt hier, jetzt sollen wir aufstehen und applaudieren, 79. Die zweitlängste 63 und dann 37 Streaks über 20. Also hier vergleicht er eben jetzt die besten Streaks der Spieler. Hier eben Alireza mit der besten 017, Magnus mit der besten 32 und Sikaru mit der besten Streak 79. Meine eigene Meinung werde ich am Ende des Videos euch mitteilen. So oder so, versucht nicht zu extrem auf eine Seite zu gehen, niemanden beleidigen, das ist mir sehr wichtig. Aber das ist erstmal das, was Kramnik hier sagt. Das ist wahrscheinlich auch faktisch richtig, was er hier auslegt. Die Gründe dafür können meiner Meinung nach sehr verschieden sein. Er hat es eben oben schon geschrieben, Nakamura spielt sehr häufig gegen die gleichen, deutlich schlechteren Gegner und rasiert die 20 zu 0, was Magnus und Alireza nicht machen. Ja, das ist hier der erste Blogartikel. Er nennt das Ganze auch hier den Appetizer, also die Vorspeise. Und darunter hat er geschrieben, ja, die Hauptspeise kommt in ein paar Stunden. Und ja, die schauen wir uns auch direkt jetzt an. Das hier ist jetzt der Hauptgang, die Hauptspeise. Der nächste Blogartikel von Kramnik. Und hier fängt er erstmal an mit einem YouTube-Video, das er hier zitiert. Das werden wir uns nicht gemeinsam angucken, weil das ist erstens auf Englisch. Aber ich werde euch gleich die Hauptpunkte aus diesem Video zusammenfassen. Das Ganze auch auf Russisch. Und jetzt kommt eigentlich der wirkliche Knüller. Hier ist eine Petition verlinkt, die er gestartet hat, die man unterschreiben kann, wenn man möchte. Und auch die schauen wir uns gleich an, denn die ist wirklich sehr interessant. Auch die Kommentare darunter sind sehr spannend. Er sagt hier, ja, das Zeichnen ist cool. Allerdings auch einfach auf Social Media das Ganze zu teilen reicht auch schon aus. Ja, sehr, sehr spannend. Wir fangen an mit dem YouTube-Video, in dem ich euch die Hauptpunkte zusammenfasse, die ehrlich gesagt nicht so spannend sind. Aber direkt danach schauen wir uns die Petition an. Ja, um dieses Video hier geht's. Das Ganze heißt eben Kramnik Demands to Examine Nakamura's Games. Also es geht immer darum, Kramnik will einfach, dass Chess.com die Partien von Nakamura sich anguckt. Und das ist auch der Hauptpunkt aus diesem Video. Ja, ich habe hier einen Zettel hier, wo ich zusammengefasst habe, was er hier ein bisschen, ja, was er in diesem Video sagt. Generell, wenn ihr diese Art von Videos feiert und den Aufwand, den ich mir mache, abonniert gerne den Kanal und lasst ein Abo da. Ja, ich finde das Ganze super spannend und ich hoffe, ihr auch. Ja, also in diesem Video, ich die Hauptpunkte hier, am Anfang sagt er direkt, ähm, nicht Kramnik beschuldigt Nakamura, also er hat nichts persönlich gegen ihn, sondern die Statistiken und die Zahlen. Er sagt ja einfach, die Zahlen sind so merkwürdig, dass eben das die Beschuldigung eigentlich ist und nicht er. Dann eben kommt sein Hauptpunkt, ähm, er will, dass Chess.com anfängt, Nakamura unter die Lupe zu nehmen und die Partien und vor allem diese Streaks unter die Lupe zu nehmen, ob das überhaupt sein kann. Dann sagt er ein bisschen was Neues, und zwar im November hat Nakamura eben, in meinem letzten Video habt ihr gesehen, diese eine Streak von, ich glaube, knapp 45 Partien, glaube ich, waren es, ähm, und im November hatte Nakamura fünf von diesen Streaks, also fünf von diesen unglaublich starken, ähm, ja, Streaks und Kramnik sagt, das kann einfach nicht sein und mit jeder neuen Streak wird es unwahrscheinlicher, ähm, und das ist sehr merkwürdig, sagt er. Genau, und das nennt er auch als den Hauptgrund, warum er diese, das gar alles hier macht, diese ganze, diese Blocks und so weiter. Er sagt, solche Streaks und solche Unregelmäßigkeiten in den Zahlen, in den Statistiken, ähm, dürfen einfach nicht unbeachtet bleiben, egal welcher Spieler das ist, sei es ein, ähm, Nakamura, ein Mark Carlson, ein Niemann, völlig egal, er hat persönlich nichts gegen Nakamura, er sagt auch, er ist ein toller Blitzspieler, aber, ähm, egal ob er berühmt ist oder nicht, ähm, ist es wichtig, das zu machen und er sagt auch, ihm ist es lieber gewesen, das nicht öffentlich zu machen, allerdings, ähm, gibt es keine andere Möglichkeit. Ja, das ist sozusagen hier der Hauptgang, ähm, von Kramnik, ihr könnt das Video euch sehr gerne selber anschauen, ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung und kommen wir jetzt zur Petition. Kommen wir damit eben zur Petition und die hat es wirklich in sich, die schauen wir uns genauer an. Der Titel ist eben We Demand Examination, also wir wollen eine Erklärung oder eine Beprüfung und die Petition genau lautet eben, ich möchte, dass Nakamuras abnormale Ergebnisse in chess.com, ähm, die er in den letzten 60 Tagen gezeigt hat, von chess.com eben analysiert werden und dass die gesamte Schachwelt darüber informiert wird und über die Ergebnisse der Untersuchung. Wir haben inzwischen fast 2000 Unterschriften, das ist ziemlich viel, nächstes Ziel sind eben hier 2500 und Kramnik schreibt dazu noch, mit dieser Petition, ähm, ja, wollen wir eben aus chess.com, ähm, hier diese, diese, diesen zahlreichen Streaks von über 40 plus Games, in denen er sehr merkwürdige Performances, ähm, gespielt hat, dass die besucht werden. Wir wollen auch, dass diese Untersuchungen ähm, generell in jedem in ähnlichen Fällen auch sofort gemacht wird, sobald Spieler eben, ähm, ja, Bedenken haben und dass eben chess.com alles macht, um Fairplay für alle Mitglieder fair sicherzustellen. Genau, und dann, um Sachen klarzustellen, das ist keine Anschuldigung, er hat auch nichts, ähm, Persönliches gegen die Spieler, aber es ist einfach ein Versuch, die Situation zu verbessern, ähm, und er will dann auch das gesamte Feld, dieses ganze Schach-Cheating-Thema, ähm, verbessern. Ja, das ist sehr, sehr interessant, wie gesagt, nicht mal so wenige Unterschriften, ähm, die Kommentare schauen wir uns auch noch kurz an, ich finde die ganz witzig, zumindest hier jemand, der Hans Niemann heißt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Echte ist, vielleicht schon, ich weiß es nicht, könnt ihr mir sagen, ob ihr denkt, ähm, ob das einfach irgendwelche Trolls sind, oder der Echte, hier Hans Niemann sagt, Cheaters should speak for themselves, und Magnus Carlsen sagt, ja, only I am capable of this performance, expose this fraud, also nur ich kann so gut spielen, mach ihn fertig, so mäßig. Ja, also da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt, ich hab mit vielem gerechnet, aber nicht mit einer Petition gegen Hikaru, was haltet ihr davon, ist das übertrieben, ja, lasst mich alle eure Gedanken einfach in den Kommentaren wissen. Ja, und hier geht's jetzt weiter, das Ganze ist eben erst heute veröffentlicht worden, ähm, hier, Kramnik sagt jetzt hier, ähm, Chas.com antwortet nicht, er hat inzwischen auch direkte, ähm, sehr viele Beleidigungen, auch, ähm, ja, Anschuldigungen oder Bedrohungen erhalten, oder auch Leute aus seiner Community haben das erhalten, was natürlich überhaupt nicht geht, also, jetzt mal dahingestellt, was man von diesem Mann seiner Meinung denkt, oder von diesem Ganzen, wie er damit umgeht, mit der Situation, aber das geht natürlich nicht. Und hier ruft er ein bisschen auf, dass man die letzten 144 Spiele von, ähm, Nakamura und von, so wie ich das hier verstehe, das Englische ist hier irgendwie nicht ganz richtig in meinen Augen, ähm, untersucht. Er teilt hier nochmal die, die, ähm, die Petition. Und er hat noch zwei weitere Blogartikel seitdem geschrieben, in dem er darauf eingeht, dass er eben auf diese Beleidigungen und, ähm, Bedrohungen, die schauen wir uns jetzt nicht weiter an. Ähm, das ist nichts mehr Inhaltliches, was wichtig ist. Ähm, ja, das ist also quasi der ganze Teil von Kramnik. Und wenn ich jetzt auch abschließen möchte, ist mit einer kleinen, also ein wirklicher Data Scientist, also ein echter Statistiker, hat sich auch zu Wort gemeldet und schreibt selber Blogs über die, diese ganzen Sachen und analysiert die statistisch. Und das werde ich euch mit euch jetzt noch angucken. Und dann gebe ich euch abschließend noch meine Meinung zu dem ganzen Thema. Und zwar geht es hier oben Dorian Quelle, der gerade seinen, ähm, Professor in Zürich macht, in der Schweiz. Und der eben hier, ähm, sehr viel mit Statistiken, Daten und so weiter arbeitet. Und der hier regelmäßig auch über das Erschach-Edo-System schon was geschrieben hat und aktuell sehr viel über Cheaten. Und ich werde jetzt auf diesen Artikel nicht allzu viel eingehen, nur die, vor allem die Ergebnisse euch zusammenfassen. Das Methodische könnt ihr euch selber durchlesen. Ich werde euch auch diesen Artikel verlinken. Im Endeffekt, was er hier sagt, ist, er hat neulich aus dem Podcast C-Squared mit Caruana, hat er was Interessantes gehört. Und zwar, dass Caruana sagt, dass seit dem Chess-Hype, ähm, 2020, ähm, seitdem ja sehr viel Geld in Online-Schach geflossen ist. Und dass seitdem, Caruana, zumindest Caruana, die Meinung ist, dass seitdem, ähm, Cheating ein viel größeres Problem geworden ist. Und das hat sich Dorian Quelle jetzt zur, ähm, Aufgabe gemacht, eine, ähm, ja, eine Untersuchung zu, durchzuführen, in der er einmal Online-Chess mit, echt, also mit, ähm, am Brett Schach vergleicht, also Online-gegen Offline-Chess, Schach, und die zweite Vergleich, der zweite Vergleich, den er zieht, ist einmal vor diesem Schach-Boom und nach dem Schach-Boom. Das Ganze nennt er hier Difference-In-Difference-Analysis, also, ich bin, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber er untersucht quasi diese beiden Unterschiede, sodass er am Ende vier verschiedene, ähm, ja, Möglichkeiten hat. Einmal Offline-Vor-Dem-Schach-Boom, Offline-Nach-Dem-Schach-Boom und Online-Vor-Dem-Schach-Boom und Online-Nach-Dem-Schach-Boom. Und seine Hypothese ist eben, dass, ähm, das Offline-Schach ja generell wenig Cheating sein sollte und dass es daher vor und nach dem Boom keine Unregelmäßigkeiten geben sollte, dass sich da nichts verändern sollte. Wenn Caruana aber recht hat, sollte ja beim Online-Schach, sollte das vor dem Boom sehr ähnlich zum Offline-Schach sein, aber dann, ähm, nach dem Boom sollte sich ja dann das Online-Schach sehr stark unterscheiden vom, äh, Offline-Schach. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr plausible, ähm, sehr, sehr plausible Methodik. Und er geht jetzt eben durch, hat hier 150.000 Partien runtergeladen, ne, 500.000 Partien aus Title Tuesday, hier schöne Grafiken mit, ähm, mit Ländern, hier mit, äh, mit Ratings. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier alles bedeutet. Wieder eben viele Statistiken. Ähm, hier die Performance von den besten Spielern. Hier sieht man Carlsen mit der besten Performance, Hikaru auf der 2. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wer die alle hier sind. Ich weiß, Lachesis Q ist, glaube ich, Nepomiyachi. Ähm, das ist Wesley Sow, das ist Firuja, Caruana. Ich glaube, das ist Duda. Ja, also auf jeden Fall die Top-Spieler sehen wir auch mit der besten Performance, das ist also logisch. Dann berechnet er hier irgendwas mit dem, mit dem Elo-System, eben mit der, mit den Abweichungen zwischen der Erwartung und es gibt ja, Elo-System sagt im Endeffekt nur die Erwartungen, wie wahrscheinlich jemand gewinnt. Und hier sehen wir die, sehen wir die Abweichungen. Offline und Online bei jazz.com. Hier eben, ähm, viele, die klassischen Ratings, die Rapid Ratings und die Blitz Ratings, die Online Ratings. So oder so, es ist alles sehr, sehr interessant. Schaut euch das gerne selber an, wenn ihr da Interesse dran habt. Am Ende kommt auf jeden Fall zu dem Schluss, dass, ähm, diese, diese, diese Anschuldigungen, dass unfassbar viel Cheating aktuell stattfindet, dass das, ihr sagt es hier, do not hold water, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, und in diesem Artikel eben hat er untersucht, ob eben das halt im Chessboom anders geworden ist, ähm, und er hat keine Beweise dafür gefunden. Und interessanterweise ist sogar der, dieser Prediction Error, also dieser, dieser Vorhersage, ähm, Fehler in Online Games weniger geworden. Also sogar seit dem Schachboom scheint sogar, ähm, die Online-Partien zuverlässiger, die, das war, die, das Elo-System scheint sogar zuverlässiger, das echte Ergebnis vorherzusagen, als in, in Offline-Spielen, sehr interessant. Also er hat überhaupt keinen Effekt in diese Richtung feststellen können. Deswegen seiner Meinung nach, mit dieser Methode kommt man zum Ergebnis, dass Cheating vermutlich kein größeres Problem geworden ist. Kommen wir jetzt zu meiner Meinung. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr auch in den Kommentaren euch respektvoll bitte verhaltet. Ich möchte keine Beleidigungen lesen gegenüber mir, Kramnik, Hikaru, ganz egal wem. Bitte, haltet euch einfach höflich und respektvoll. Das erst mal vorab. Ja, meiner Meinung nach ist das Ganze ein bisschen ausgeartet. Also ich sage, zu meinem ersten Video, da war ich der Meinung, dass Kramnik durchaus das Recht hat auch, oder vielleicht auch vernünftig ist, mal Augenmerk auf solche Abnormalen, wie er es genannt hat, Streaks zu legen. Und ich finde, inzwischen nimmt das Ganze ein bisschen komische Züge an. Also vor allem diese Petition, finde ich persönlich, ist völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, jeder bei Jazz.com oder auch in der Schachwelt bekommt davon jetzt, hat er mitbekommen und dafür benötigt es keine Petitionen gegenüber Jazz.com. Das finde ich, finde ich persönlich, wirkt ein bisschen lächerlich. Prinzipiell ist es trotzdem verwunderlich, dass Hikaru so viele komische Streaks hat, wie er es nennt. Ich denke, da gibt es einfach andere Erklärungen, wie zum Beispiel, dass er so viel gegen deutlich schlechtere Spieler spielt, was zum Beispiel Magnus oder Firuja nie machen. Die suchen sich immer nur gleichsteiger Gegner oder so gut wie möglich und Hikaru halt als Content für seinen Stream besiegt auch mal FMs oder sogar noch schlechter. Und dann kommen solche Streaks natürlich zusammen. Also in meinen Augen ist das eine deutlich logischere Erklärung. Vielleicht können auch mehrere noch mehr Faktoren zusammen, ich weiß es nicht. Ich habe schon im ersten Video gesagt, ich glaube nicht, dass Hikaru cheatet und der ganze Umgang jetzt mit der Situation finde ich natürlich ein bisschen komisch. Was trotzdem an Menschen Kramnik auch beleidigen und bedrohen, das geht natürlich gar nicht, denn auch wenn man der Meinung sein kann, dass Kramnik über das Ziel hinausschießt und selbst wenn man das Ganze für sehr dubios hält, sollte man trotzdem sachlich seinen Teil dazu beitragen. Ja, das ist meine Meinung, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt einen besseren Überblick. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr weiterhin immer am Laufenden bleiben wollt, was in der Schache heute abgeht. Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht so viele Kanäle, die das machen, also hier seid ihr genau richtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.